Equistor, der Podcast mit Benjamin Franzi und Philipp Weihnacht. Herzlich willkommen zur 21. Folge des Equistor-Podcasts. Benjamin, ich habe mir heute angeschaut, wie viele Folgen wir schon aufgenommen haben und da dachte ich mir, erzähle ich das doch einfach mal. Ich finde, 21 ist schon eine ganz gute Zahl. Also das hätte ich mir vor 21 Folgen noch nicht vorstellen können. Ja, genau. Aber viel wichtiger ist ja die Frage, hast du dir schon was beim Fire-Sale bei Twitter gesichert? Ah, Moment, das habe ich gehört. Twitter macht jetzt so einen richtigen Ausverkauf von den ganzen Bürosachen und sowas, weil die ja so viele Leute gefeuert haben. Elon Musk will sich jetzt auf das beschränken, was sie wirklich zum Arbeiten brauchen und scheinbar gehört da nicht der neon-beleuchtete Twitter-Vogel im Eingangsbereich dazu. Das letzte, was ich gesehen habe, konntest du den für 12.000 US-Dollar haben. Und was ist das mit der Weinzappanlage? Stimmt, die kriegst du wahrscheinlich auch. Ich glaube, es gibt Espresso-Maschinen, es gibt Designermöbel, alles Mögliche. Ich habe nur gehört, dass das bei diesen Industrieauktionen wohl so ist, dass du da immer dasselbe abholen musst. Das heißt, es ist jetzt ein bisschen schwierig, wenn du da was besteigerst und das nach Deutschland holen willst. Ja, wäre gut. Es gibt da bestimmt irgendeinen Agenten, den man da hinschicken kann, der das für dich dann macht. Aber ja. Wäre auf jeden Fall eine gute Investition. Vielleicht eine sehr lohnenswerte dieses Jahr. In Twitter-Merch. Also ich meine, dieser Vogel ist ja schon einzigartig. Ich meine jetzt so Designermöbel jetzt nicht so, aber so ein Neon-Vogel. Ich sage dir das, in zehn Jahren ist Twitter pleite und dann ist das so, denn wie mit so ein paar anderen Sachen, wie hier mit Lehman Brothers oder mit Pan American Airlines oder sowas, dass dann halt irgendwann in 30 Jahren im Metaverse alle davon Klamotten tragen mit den Logos da drauf. Und dann ist Twitter eine dieser Firmen. Dann gibt es Kappen mit CEO of Twitter oder sowas. Genau. Jetzt bestellen im Hedge-for-Handing-Fanshop. So sieht es aus. Nee, finde ich aber ganz lustig. Sehr empfehlenswert. Naja, also was ich auch ganz interessant fand, ist leider nicht so lustig. Ich dachte, es gäbe irgendwie noch einen lustigen Twist dahinter, ist tatsächlich der gute Usain Bolt. Der investiert ja sein Geld, das er mit allen möglichen Kooperationen und Olympiasiegen gewonnen hat und bekommen hat. Wahrscheinlich größtenteils mit Kooperationen von Nike weltweit. Und da hat er sich auch eine jamaikanische Investmentfirma ausgesucht und dort über 12 Millionen US-Dollar investiert und es ist weg. Okay. Er hat einfach irgendwann festgestellt, sich aufs Konto eingeloggt und dann hat er mal geguckt und dann waren noch 12.000 Dollar da. Scheiße. Vielleicht ein Komma verschoben oder so. Naja, also auf jeden Fall schauen sie jetzt nach, was da passiert ist, ob da vielleicht Mitarbeiter irgendwie alles gestohlen hat oder sonst was. Es scheint jetzt nicht an der Firma so konkret zu liegen. Also es ist keine Betrugsfirma, so wie es klang. Ja, da hoffen wir mal, dass der gute Usain das verkraften kann. Ja, was ist an der Börse passiert, Benjamin? Ich würde sagen, die Earnings Season hat begonnen, kann man so sagen. Die Banken haben letzte und vorletzte Woche, ich weiß nicht, ob es vorletzte Woche schon losging, aber letzte Woche auf jeden Fall berichtet und damit beginnt wieder das Auf und Ab an der Börse. Wie siehst du denn der aktuellen Earnings Season entgegen? Bist du positiv, bist du negativ gestimmt? Was denkst du, was passieren wird? Also ich fand, Netflix hat einen ganz guten Auftakt gegeben und ich habe auch Procter & Gamble Zahlen gesehen und was ich so gemerkt habe, ist eigentlich, dass sich niemand gut schlägt. Aber das ist ein gutes Zeichen, weil ich habe mal so gesehen, natürlich, die Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für die Zukunft, aber ich fand es ganz interessant, irgendwie im Durchschnitt ist es so, dass die Aktienkurse anfangen wieder zu steigen, sechs Monate bevor das Tal von den Earnings da ist und das fand ich eigentlich ganz interessant. Also sprich, wenn wir irgendwann mal so ein richtiges Tal bei den Earnings sehen, wenn es den Unternehmen schlecht geht, dann hätte man eigentlich schon investiert sein müssen. Ich kann es jetzt nicht ganz einschätzen, aber die Inflation flacht ab und so und ich denke eigentlich, dass wir vielleicht schon echt in den nächsten zwölf Monaten das Tal gesehen haben. Ja, ich bin mir da nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt. Ich habe sowieso das Gefühl, dass der Markt dauerhaft zu positiv eingestellt ist die ganze Zeit. Es wird immer gehofft, dass die Zinsen jetzt gesenkt werden. Irgendwie entsteht so der Eindruck, dass auch die Erwartungen für das aktuelle Jahr bei den Analysten immer noch ziemlich hoch sind. Auch wenn eigentlich die Rezession vor der Tür steht und irgendwie geht man auch davon aus, dass es jetzt so diese Earnings Season, die Rezession so ein bisschen einleitet, auch bei den Unternehmen. Man sieht es ja auch, an denen die jetzt berichtet haben, vor allem jetzt bei den Banken am Anfang, sind eigentlich überall Umsatzrückgänge im Vergleich zum letzten Jahr zu verzeichnen, also beziehungsweise zum vorletzten 2021, also morgens Stanley hat berichtet, 10% Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahr. Goldman Sachs, 20% sogar, haben alle mit hohen Kosten zu kämpfen, wegen Inflation. Gleichzeitig aber Rückgang beim Kerngeschäft, so Investmentbanking, Asset Management, auch bei M&A kommt da einfach aktuell nicht mehr so viel rum. Ich meine, ist ja auch irgendwie klar, an der Börse ist nicht so viel los, da gehen auch wenig Unternehmen eventuell an die Börse, da gibt es nicht so viel unbedingt zu tun, wobei sich das jetzt ja auch wieder ändern könnte, wenn dann mal die Zinsen wieder sinken. Aber im Grunde, ja, nicht so der gute Auftakt für die Earnings Season. Und du hast ja auch schon gesagt, Procter & Gamble hat auch Zahlen lieferdiviert, aber eigentlich ganz gut, aber auch hier irgendwie ein bisschen bitterer Beigeschmack, weil das Verkaufsvolumen doch gesunken ist und man eigentlich das Umsatzwachstum nur über Price Increases rausholen konnte. Und das zeigt halt auch so, ja, diese irgendwie unangenehme Abhängigkeit davon, dass man eben Preise erhöhen muss, um überhaupt wachsen zu können. Und da ist nicht jeder unbedingt in der Lage dazu, bei Procter & Gamble klappt es. Aber was da jetzt noch so kommen mag, ich denke nicht, dass jedes Unternehmen auch im Konsumgüterbereich da geschafft hat, eine nette Umsatzwachstum hinzulegen. Ja, also ich habe gemerkt bei Procter & Gamble, weil du es ja auch jetzt gerade angesprochen hast, was mir in den Zahlen nicht so gefallen hat, ist, dass eben die Menge der Güter, die verkauft wurde, runtergegangen ist. Und das zeigt mir irgendwo, dass die Konsumenten auf günstigere Eigenmarken oder auf an sich günstigere Marken umschwenken, weil Procter & Gamble immer in seinen Kategorien die Premium-Marke ist. Also sei es die Pampers, sei es der Rasierer von Gillette, sei es, ich weiß gar nicht, das Head & Shoulders und so weiter. Also Procter & Gamble ist eine Premium-Marke in vielen Bereichen und die Konsumenten, die gehen dann einfach auf die Walmart-Marke, die gehen auf die Marken in Europa vielleicht von Henkel, von Schwarzkopf oder so weiter. Und das wirkt sich eben aus und klar, du kannst natürlich den Preis mal erhöhen um 10, 15 Prozent, kannst mal die Menge schrumpfen lassen, aber auf Dauer geht es halt nicht. Und die Produkte werden ja nur teurer dadurch. Also das Mengenwachstum wird halt noch schlechter in Zukunft, wenn man die Preise so erhöht. Und deswegen fand ich die Zahlen doch schon echt enttäuschend, weil im Endeffekt der Optimalfall wäre ja, dass so ein Konzern irgendwie mit 8 bis 10 Prozent wächst, weil die Inflation bei 8 bis 10 Prozent je nach Wirtschaftsraum liegt. Und das hat Procter & Gamble aber nicht geschafft. Ja, schauen wir uns doch nochmal an, was bei Netflix so abging, weil Netflix hat ja relativ gute Zahlen eigentlich geliefert. Die haben ja das Wachstum der Subscriber überboten. 7,7 Millionen Wachstum im Vergleich zum Vorjahr, 4 Prozent. Das hat die Analystenschätzung übertroffen. Ich glaube, es waren so 6 Millionen erwartet. Und dementsprechend da eigentlich ganz gute Stimmung. Die Aktie ist um 4 Prozent gestiegen. Ganzjahres Umsatzwachstum von 6,5 Prozent ist aber für das Unternehmen natürlich eigentlich eine Katastrophe. Im Vorjahr waren es noch 19 Prozent Umsatzwachstum, also von 2020 auf 2021. Dementsprechend, ja, auch hier kann man ganz klar eine Verlangenung vom Consumer Spending sehen. Und bei Netflix gibt es ja noch eine ganz spannende Neuerung. Und zwar geht unser guter Reed Hastings. Der Gründer und CEO, also einer der beiden Gründer, der hat jetzt gesagt, der macht jetzt den Jeff Bezos und er möchte... Dafür fehlt ihm auch das Geld, Benjamin. Er hat ja nur irgendwie so 1,4 Milliarden in Netflix-Aktien. Ja, aber was ich lustig fand, wir haben vor kurzem erst bei Equisto eine Kurzanalyse zu Netflix gemacht. Und natürlich gehörte da auch eine kleine Beschreibung zu Reed Hastings dazu. Und dann, bumm, jetzt ist einfach die Kurzanalyse, kann schon wieder aktualisiert werden. Ja, naja, sei es drum. Also, er hatte eh schon einen Co-CEO, den Ted Sarandos. Das ist der Chief Content Officer von Netflix. Also, der ist halt wirklich für alle Netflix-Exklusives verantwortlich und alles, was erfolgreich war in den letzten Jahren. Also, der hat, ich würde sagen, eigentlich den wichtigeren Job sogar gemacht. Also, in meinen Augen hat er dafür gesorgt, dass Netflix eben als Filmstudio und als Serienstudio auffällt, was eigentlich in meinen Augen auch der große Erfolgstreiber von Netflix war. Also, jetzt in der letzten Vergangenheit sowas wie Wednesday, Squid Game und so weiter. Aber auch schon vor, ganz in der frühen Anfangsphase mit so Sachen wie Orange is the New Black oder House of Cards, wo er auch dann halt einfach den richtigen Riecher hatte und dann einfach Serien entwickelt hat, die einfach sehr gut angekommen sind. Netflix war damals ein kleiner Underdog, der halt unterfinanziert war und der eigentlich gegen jemanden wie Disney oder so keine Chance haben sollte. Ja, und jetzt kommt halt der Greg Peters, der ist jetzt auch aufgestiegen. Das war vorher so der fürs operative Geschäft und jetzt wird es immer noch eine Doppelspitze geben. Also, Reed Hastings hat das eigentlich ganz gut vorbereitet und der wird sich jetzt halt ein bisschen mehr irgendwelchen Spendenthemen, Stiftungen, sowas in die Richtung widmen. Und ja, er sieht halt eben die Netflix-Aktien in guten Händen. Er bleibt ja sogar noch im Unternehmen. Ich glaube, irgendwie als leitender Direktor oder sowas, er hat da praktisch schon ein Auge drauf. Ich habe gesehen, er kriegt sogar noch ein Jahresgehalt von irgendwie einer halben Million oder so. Finde ich auch geil. Er tritt zurück und verdient mehr als der Durchschnittsmitarbeiter. Was ich lustig fand an der Aussage, deswegen habe ich es auch bei uns reingeschrieben, wird sich jetzt mehr Philanthropie widmen. Er hat gesagt, I'll also be spending more time on Philanthropie and remaining very focused on Netflix's stock doing well. Wo ich so frage, was will der denn jetzt? Also, der will sich jetzt darum kümmern, dass die Aktie gut läuft. Da habe ich mir gedacht, ja gut, so kann man auch gut umschreiben, dass man sein privates Vermögen dann managt, wenn man in den Ruhestand geht. Ja, was ich eigentlich am interessantesten fand, Netflix hat ja in dem Q4 sein Werbeabo rausgebracht und es wurden da jetzt, glaube ich, keine konkreten Zahlen zugenannt, wie viele jetzt das Werbeabo haben und andere Versionen. Aber zumindest mal, dass das Abonnentenwachstum so gut war, das zeigt irgendwo, und im Earnings Call wurde das auch so ein bisschen bestätigt, dass das Abonnentenwachstum eigentlich ganz in Ordnung war und ja, Werbeabo eigentlich ganz in Ordnung angekommen ist, wo man in Deutschland eigentlich eher gehört hat, dass es nicht so gut angekommen ist, dass es sehr schlechte Zahlen hat und dass irgendwie wenig Werbung ausgespielt werden konnte. Bleibt ganz interessant. Und was auch nicht ganz so gut war, natürlich so ein Werbeabo ist günstiger als das Durchschnittsabo bei Netflix und damit hat sich Netflix auch so ein bisschen den Durchschnittsumsatz pro Kunden oder pro Mitgliedschaft etwas reduziert. Ich würde sagen, Netflix ist langsam in dem Bereich, wo das Wachstum vielleicht noch so 10% pro Jahr ist. Also es wird schwierig in Zukunft, mehr als 10% zu wachsen und jetzt im Q4 sind sie halt 2% gewachsen, weil die Vergleichsbasis einfach schon so hoch ist. Also es ist halt schwierig, neue Abos zu gewinnen. Netflix hat jetzt auch schon angekündigt, dass sie damit rechnen, dass sie viel wachsen werden, dadurch, dass sie jetzt einfach bei den Accounts mehr abkassieren. Also quasi, wenn halt mehrere Leute, die nicht in einem Haushalt wohnen, ein Abo nutzen. Ja, das wollte ich sowieso mal fragen. Weißt du, wann das eigentlich hier losgeht? Weil ich habe noch bisher keine Benachrichtigungen bekommen, dass wir mehr zahlen müssen. Ich dachte eigentlich, das geht jetzt Anfang des Jahres los. Ich glaube, es muss noch ein bisschen technisch gelöst werden. Also es sollte irgendwann jetzt dieses Jahr, Anfang des Jahres kommen, aber ich glaube, es ist noch nicht so richtig offiziell. Ich glaube, in Brasilien haben die so einen Test-Rollout oder so gemacht. Das war auch irgendwie so ein bisschen diffus, weil dann hast du irgendwie so zwei Minuten Zeit zu bestätigen, dass du der im Haushalt mit dem Account-Owner wohnst oder sowas und dann musst du halt so einen SMS-Code reingeben. Also es ist halt richtig strange, weil wie willst du das eigentlich wirklich 100% legit beweisen, dass du halt in demselben Haushalt wohnst wie eine andere Person? Ich glaube, es gibt ein paar Indizien, wenn du natürlich so sehr häufig von einer ganz anderen IP irgendwie streamst mit deinem Profil und immer eine feste IP hast zum Beispiel. Aber ja, ich denke schon, dass es lösbar ist. Und ich denke auch, dass sie zwar ein paar Abonnenten verlieren werden, aber dass sie insgesamt damit sehr viel Umsatz machen werden. So, gucken wir mal weiter an der Tech-Szene in den USA. Im Grunde geht es da weiter wie Ende letzten Jahres. Es gibt einige Layoffs. Google entlässt 12.000 Mitarbeiter. Das ist 6% der globalen Workforce. Und auch Microsoft hat angekündigt, 10.000 Leute zu entlassen. Vor allem, ja, irgendwie so aus dem Bereich der Technologien, die vor allem so ganz weit in der Zukunft für das Umsatz sorgen sollen. Nämlich bei Microsoft diese HoloLens, diese AR-Brille, die vor allem im industriellen Bereich genutzt wird. Also wenn du da eine Schraube mit 10 Newtonmeter festziehen sollst und dann zeigt er da so drauf mit der AR-Brille. Das ist die Schraube. Ja, so ist das doch gedacht. Ich kenne jemanden, der arbeitet in der Gesundheitsbranche und bei dem in der Fertigung wird das benutzt. Also da haben die so wirklich AR-Brille und gehen zu einer Maschine und dann steht da der Status drüber irgendwie, was da gerade gemacht wird, wie viel da gerade Durchlauf ist und so Geschichten. Also für so Sachen wird das ja eingesetzt. Also was ich da ganz interessant finde, ich, also es gibt schon ein paar Bereiche für AR. Ich finde vor allem so im Gaming kann man eigentlich schon ganz gut sehen. Also nicht in unserem Gaming, sondern in den Games, was man mit AR theoretisch machen kann. Weil in vielen Spielen ist das ja irgendwie schon eigentlich seit Jahren umgesetzt irgendwie, dass du halt so einen Helm oder sowas hast und dann halt so zusätzliche Informationen einfach angezeigt bekommst. Ich denke mir zum Beispiel, wenn du in so einer Produktion bist, dann könntest du live einfach den Zustand von allen Maschinen wissen, so ohne, dass du jetzt an einen Computer rennen musst oder zu der Maschine rennen musst, sodass die Maschine einfach ihre Diagnosedaten dir live überall, egal wo du bist, dann mitteilt. Das ist jetzt natürlich die Frage, wie viel Vorteil es zu einem Handy bringt. Oder was auch ganz interessant wäre, zum Beispiel, ich war mal auf einem Vortrag in den USA von einem BMW-Doktoranden, die wollten das so für die Montage-Mitarbeiter gamifizieren. Also sprich, dass es dann halt so ein bisschen wie ein Spiel wird, zu arbeiten und quasi wer am besten spielt oder so, der kriegt dann halt Benefits, der darf dann irgendwie in der Kantine, kriegt dann den Kraftriegel der Mitarbeiter irgendwie zum halben Preis oder so. Der Kraftriegel der Facharbeiter, genau so hieß das ja. Das ist auch die Currywurst mit Pommes, ne? Ja, genau. Hat der Gerhard Schröder ja gesagt, dass das unbedingt mit Fleisch bleiben muss. Ja, dafür muss man sich auch noch in der Rente einsetzen. Genau, also auf jeden Fall, das wäre ja ein Anwendungsgebiet. Bei Microsoft ist die Sache so und deshalb wurden da, glaube ich, auch so viele Leute entlassen. Eigentlich hatten die einen Deal mit dem Verteidigungsministerium, weil die wollten die Army komplett mit den HoloLenses ausstatten. Das wäre auch ein Riesenauftrag geworden. Aber das Problem ist, der Auftrag ist irgendwie nicht angelaufen und wurde halt so ein bisschen verschoben. Und jetzt hat man halt gemerkt, dass die Army anscheinend da nicht so Interesse dran hat und deswegen einfach das Pensum nicht abruft, weil die anscheinend auch nicht ihr Budget oder so dafür kriegen. Und deswegen hat man halt bei Microsoft gesagt, ja, okay, wenn die Army das nicht bestellt, können wir halt die Abteilung auch nicht so richtig finanzieren. Und ich denke mal, bei der Army wären das halt auch so Zusatzinformationen gewesen, vielleicht irgendwie... Hitmark. Ja, genau. Irgendwie sowas Taktisches oder so, dass du da dich besser zurechtfinden kannst. Ich weiß es nicht. Also darf man auch nicht schönreden. Also das wäre dann natürlich Kriegsausrüstung. So ist es. Ja, vielleicht können sich die das jetzt nicht mehr leisten, weil sie jetzt doch ihre Schuldenobergrenze erreicht haben in den USA. Who knows? So, wir bleiben mal bei Augmented Reality und gehen weiter zu Apple. Irgendwie schon witzig, wie die Themen sich heute hier verknüpfen. Und zwar, Apple bringt ja dieses Jahr ihr Mixed-Reality-Headset raus. Hast du da schon die ersten Fan-Entwürfe gesehen, wie das aussieht? Nee, ich gucke es jetzt aber mal. Oh, das sieht aber fancy aus. Das sieht aus wie... Also lieber Zuhörer, wahrscheinlich packen wir es in die Shownotes oder vergessen es, aber es sieht aus wie so eine Monotaucher-Brille. Es sieht aus wie eine Skibrille. Ja, oder eine Skibrille, genau, Skibrille. Aber ich kann dir mal sagen, was das Ding ist. Also da ist vorne ein Bildschirm drin, soll wohl drin sein. Und irgendwie soll es dann möglich sein, dass jemand, der dich dann damit sieht, so Infos da drauf kriegt oder vielleicht sogar so deine Augen sieht dahinter, was super strange wäre. Aber auf jeden Fall ist da ein Bildschirm drauf und vorne sind nochmal Kameras drin, dass du halt dann natürlich drin auch deine Umwelt sehen kannst, dass es auch so eine, ja, Augmented Reality im Prinzip wird. Aber halt nicht in der Art, dass du halt wirklich durchsehen kannst, sondern dass du nur mit einem Kamerabild das siehst, was vor dir ist. Und was auch noch geil ist, es soll wohl so ein, so ein Akku-Pack für den Gürtel geben, was du dir dann an den Gürtel dran schnallst. Weiß ich auch noch nicht, wie die das umsetzen wollen, dass das gut aussieht. Aber, ja, also ich finde, das hat auch ein bisschen das Potenzial, so eine richtige Lachnummer zu werden, das Ding. Ja, also ich muss auch sagen, es sieht ein bisschen strange aus. Bisher hat auch keiner es einfach geschafft, irgendwie erfolgreich eine Brille rauszubringen. Also Snap war ja sogar einer der Ersten, die es irgendwie versucht hat, weil die gesagt haben, das passt halt so gut zu der App und ich weiß nicht, oder diese Google Glasses, wo die da so ein kleines Ding an eine Brille reingemacht haben. Ich weiß nicht, ich finde, muss man mal halt echt schauen. Also ich glaube, die Menschheit ist einfach noch nicht bereit dafür. Ja, deswegen, ich finde es ja auch deswegen clever, dass die zuerst an die Unternehmen rangehen, weil ich meine, auch diese Apple-Brille soll irgendwie 3000 Dollar kosten. Dementsprechend, also kann sich das, leistet sich das sowieso keine Privatperson, außer wirklich welche, die richtig Kohle haben. Und wenn du dann natürlich direkt an die Unternehmen gehst, die da mit ihren Mitarbeitern mal ausstatten und du so große Aufträge kriegst, ist das, glaube ich, die beste Möglichkeit, da erstmal so einen gewissen Umsatz zur Finanzierung zu erzeugen. Ja, also bleibt auf jeden Fall ganz interessant. Ist mir noch ein weiterer Bereich eingefallen, wo man es benutzen kann, im Technischen. Kannst du zum Beispiel bei so Industriedesigns, wenn du einfach mal etwas visualisieren möchtest, in einem Raum oder so. Jedenfalls, was Apple jetzt eigentlich angekündigt hat, diese AR, beziehungsweise die Mixed Reality Brille, die ist schon länger im Gespräch, aber sie wollten eigentlich dieses Jahr auch noch so eine AR-Brille rausbringen, die so ein bisschen leichter sein soll und dann was für den privaten Anwender, wird jetzt aber wohl verschoben, technische Schwierigkeiten oder Herausforderungen sein, der Grund, naja, kommt 2024, 2025 dann wahrscheinlich, wenn du also lieber Zuhörer Bock auf so eine Brille hast, die nicht 3.000 Dollar kostet, musst du dich noch ein wenig gedulden. So, bleiben wir, würde ich sagen, wir bleiben immer noch im technischen Bereich und gehen jetzt nochmal zurück zu Microsoft, die eben 10.000 Leute entlassen haben. Genau, denn, ähm, es ist so, wir haben jetzt, glaube ich, fast in jeder Folge einmal darüber gesprochen, dass über den Activision, äh, Blizzard-Deal mit Microsoft, die ja Übernahme und, dass der jetzt von immer mehr Seiten torpediert wird, also letzte Woche hatten wir ja, glaube ich, dass sich jetzt, ähm, äh, bei Sony auch noch Nvidia angeschlossen hat, ähm, die auch noch, äh, gegen den Deal sind und Alphabet, genau, jetzt kommt die Europäische Union auch noch, ähm, die da ein Verfahren plant, um den Deal zu torpedieren, also es wird irgendwie, ja, ist gerade nicht so eine gute Zeit für Microsoft und Activision, würde ich sagen. Vielleicht ganz kurz vorweg, wir haben auf Instagram, ähm, ähm, letzte Woche mal gesagt, wir wollen ein bisschen hier noch Fragen von euch mit reinbringen oder von dir. Wenn du Fragen zu Aktien hast, zu einzelnen Unternehmen, zu aktuellen Themen, kannst du das gerne machen. Schreib uns am besten dann bei Instagram, wir machen nächste Woche dann, oder diese Woche, dann denke ich mal, nochmal eine Fragerunde und der gute, oder die gute, Maisello 10, äh, hat uns eine Frage gestellt, die lautet, wie soll man mit Activision Blizzard vorgehen? Und jetzt darfst du, Benjamin. Also, als das angekündigt wurde, war das ja schon eine große Übernahme, ich finde das auch an sich eine sehr große Übernahme, und es war eben klar, dass das Kartellämter da einfach mal drauf schauen wird. Und jetzt gibt es zwei Kartellämter, die drauf schauen, also einmal in den USA und einmal in Europa, ähm, ich würde sagen, grundsätzlich, das aus Europa macht mir persönlich mehr Angst, als das aus den USA, weil die in Europa tatsächlich sehr streng sind, und plus, es gibt dann noch drei Wettbewerber, direkte, indirekte, die da auch noch versuchen, irgendwie zu petzen. Das ist so die Ausgangssituation. Jetzt hat man bei der Activision Blizzard Aktie aber, das auch schon eingepreist, also die, ich gucke mal live für den Podcast, wo wir stehen, also die steht jetzt bei 73 Dollar, und verkauft werden soll sie eigentlich für 95 Dollar. Also du hast da ein sehr großes Upside. Du kannst quasi pro Aktie 22 Dollar machen. Rechnen wir auch mal kurz aus, wie viel das denn so ungefähr ist. Ja, ja, fast 30 Prozent Rendite, die du einfach reinmachen kannst, indem du nichts tust, indem du einfach die Aktie hast. Das ist schon ein sehr attraktives Renditepotenzial. Wenn der Deal jetzt nicht durchgeht, dann bekommt Activision Blizzard von Microsoft eine Strafzahlung, so weil Microsoft hat es nicht geschafft und dann bekommt Activision Blizzard Geld. Also das ist jetzt kein so hoher Betrag. Ich glaube, der lag irgendwie so bei zwei, drei Milliarden ohne Dollar. Die Sache ist auch, Activision Blizzard wirtschaftet natürlich. Du kannst dir immer die neuesten Zahlen anschauen. An sich funktioniert das Unternehmen ja, hat auch jetzt gerade nicht die beste und einfachste Zeit. Wahrscheinlich vom Kurs her so fair gesehen, also ohne jetzt dieses Übernahmeangebot im Markt, wären die wahrscheinlich irgendwo bei, schätze ich mal, 50 Dollar. Also du hast halt so die gute Chance eigentlich, wenn Microsoft will halt einfach Activision Blizzard haben, dass du es für 95 abgekauft bekommst. Du hast aber auch das Risiko, dass die Aktie vielleicht auf 50 US-Dollar fällt, plus halt noch diese drei Milliarden, die du hast, vielleicht 55. So, das ist so der Case. Und jetzt kommt es ganz persönlich darauf an, wie wahrscheinlich schätzt du die Übernahme. Und ich persönlich gehe davon aus, dass Microsoft sehr dringend Activision Blizzard möchte, weil sie sind einfach im Gaming komplett hinten dran. Sony ist einfach der dominanteste. Dann kommt Nintendo. Und so, was ich so gesehen habe, zuletzt ist die Xbox bei ungefähr 20 Prozent und weniger Marktanteil. Also die ist halt wirklich im Vergleich zur PlayStation komplett unterrepräsentiert. Und deswegen möchte Microsoft eben diesen Content einkaufen. Und ich kann mir da vorstellen, dass sie dann halt eventuell auch das Zugeständnis machen und sogar Call of Duty weggeben. Dass sie sagen, dass Call of Duty vielleicht an einen anderen Game Publisher geht, sei es EA, sei es, weiß ich nicht, Ubisoft oder sowas. Vielleicht ja Sony dann. Oder vielleicht an Sony verkaufen, damit sie sagen, dass sie dann halt eben alle Blizzard Brands haben können und alles andere, was Activision hat. Wäre eigentlich gar nicht so schlecht, weil dann hätte man so eine Paz-Situation. Weil wenn der eine dann Spiele zurückhält, dann hat der andere halt das Druckmittel, auch seine Spiele zurückzuhalten. Ja, und ich glaube, dass das größte Problem ist, also warum macht Microsoft das? Weil sie im Cloud Gaming drin sind. Also Cloud Gaming ist halt ein Trend, den hat Microsoft schon sehr früh erkannt, weil sie früher eine Xbox aufbauen wollten, die ohne Disk funktioniert und wo du dann halt irgendwie deine Spiele nicht mit deinen Freunden teilen konntest. Das war schon bei der Xbox One das Thema. Und ich glaube persönlich, dass Microsoft damit rechnet, dass sie bei der nächsten Xbox einfach gar kein Diskfach mehr einbauen müssen. Dass dann halt einfach alles digital abläuft und dass halt so ein Abo eine richtige Gelddruckmaschine wird. Dass das so wie so ein Netflix wird, aber halt eben ein Netflix, wo es kein Disney Plus in dieser Welt gibt. Weil wenn du eine Xbox hast, dann kannst du halt nur kannst du halt nur das Microsoft-Abo nehmen. Und das ist die Idee dahinter. Und dafür brauchen sie aber den Content eben. Und diese ganzen Game Publisher, also sei es Take-Two, sei es Activision Blizzard und so, die wollen ihre Spiele alle nicht dafür hergeben, weil die eben Angst haben, dass sie durch solche Cloud-Abos komplett mit zu geringen Margen abgespießen werden. Und deshalb will halt Microsoft selbst unter die Game Publisher geben. Deswegen glaube ich schon, dass dieser Deal durchgehen wird, auch wenn Microsoft dafür sehr krasse Zugeständnisse machen muss. Und ich würde persönlich, wenn ich die Blizzard-Aktie, die Activision Blizzard-Aktie schon vorher gekauft hätte, würde ich sie tatsächlich auch behalten mit der Spekulation darauf, dass es einfach durchgeht. Und wenn du Glück hast, kriegst du halt 30 Prozent plus. Gut, das war jetzt die lange Ausführung von Benjamin. Ich persönlich habe ja die Activision Blizzard-Aktie und ich kann jetzt schlecht was dagegen halten, weil ich sie ja auch behalten habe, weil ich praktisch der gleichen Argumentation gefolgt bin. So, also, liebe Maisello10, das war deine Frage. Ich hoffe, wir konnten sie hinreichend beantworten. Die Alternative ist natürlich, dass du verkaufst. So die zwei Möglichkeiten gibt es, würde ich sagen. Okay, nächste Frage kommt von Alina, nee, All-in-Aktien. Ich habe gelesen, Alina-Aktien mit 1 am Ende, nicht mit I. Das ist der Twist bei dem Namen. Und die Frage ist, ein genauer Vergleich zwischen Visa und Mastercard. Ja, Visa und Mastercard sind im umgangssprachlichen Gebrauch ja Kreditkartenunternehmen. Genauer gesagt, sind sie eigentlich diejenigen, die das Netzwerk für die Transaktionen bereitstellen, weil Visa und Mastercard selber geben ja gar keine Kreditkarten raus, sondern das machen die Partnerinstitute wie Banken oder Genossenschaften. Da kriegt man dann so eine Karte, wo das der Name draufsteht. Und im Grunde sind das ja zwei Unternehmen, die ja mehr oder weniger im Duopol sich den Kreditkartenmarkt aufteilen. Dann gibt es noch American Express. Es gibt noch eine vierte Firma. Wie heißt die nochmal, Benjamin? Es gibt noch so Diners Club und ja, es gibt noch Union Pay aus China, glaube ich. Ja, aber ich würde sagen, so im westlichen Raum hast du eigentlich nur Visa, Mastercard und American Express. Okay. Genau. Was ist die Unterschiede? Also im Grunde gibt es da, was das Geschäftsmodell angeht, relativ wenig Unterschiede. Es gibt Unterschiede in der Gebührenstruktur, wie die Gebühren erheben, denn Visa und Mastercard heben ja pro Transaktion Gebühren. So verdienen die ihr Geld. Das ist im Prinzip die Maut für die Zahlungsstraße, die sie aufgebaut haben. Viel spannender ist aber, finde ich, die Kennzahlenunterschiede, was die Unternehmen angeht. Man kann eigentlich sagen, Mastercard ist ein kleineres Unternehmen als Visa, Mastercard ist aber dafür noch etwas wachstumsstärker. Beispielsweise in den letzten zehn Jahren ist der Umsatz um 11,5 Prozent pro Jahr gewachsen, bei Visa zehn Prozent. Auch das Dividendenwachstum ist höher. In den letzten zehn Jahren war es bei Mastercard 29 Prozent. Ich weiß aber auch nicht, ob da eine Sonderdividende noch mit reinspielt bei der Berechnung. Und bei Visa waren es 18 Prozent. Und ja, im Grunde hat man also jetzt die Wahl zwischen einem etwas größeren Unternehmen, was aber dafür weniger stark wächst. Das wäre Visa und Mastercard, was ein bisschen kleiner ist, aber dafür noch etwas mehr Wachstumspotenzial beziehungsweise dynamischeres Wachstum hat. Ich erkläre auch einmal kurz, woher dieser Wachstumsunterschied kommt. Das liegt einfach daran, Visa ist halt die dominante Marke in den USA. Die haben einen sehr großen US-Anteil und Mastercard ist eher international aktiv. Also ich denke mal, man hat das auch früher schon ein bisschen gemerkt, so diese ganzen EC-Karten früher, das waren so Maestro-Karten und da haben die sich schon sehr früh daran beteiligt, während eben Visa dann nicht so aktiv war. Also Mastercard ist eher international aktiv, Visa ist eher so US-dominant und dadurch kommt halt bei Visa die Marge, weil der US-Markt ist halt super attraktiv, es ist ein homogener Markt, da muss man sich nicht so viel drum kümmern und bei Mastercard ist deswegen die Marge etwas kleiner, grundsätzlich aber das Wachstum besser. Ich muss persönlich sagen, ich bin ja bei Mastercard investiert. Philipp, du bist bei Visa investiert, oder? Ja. Genau. Ich muss sagen, mir persönlich gefällt es bei Mastercard aus einem Grund etwas besser, weil tatsächlich ich hier in der US-Dominanz von Visa einen kleinen Nachteil sehe. Erstmal, der US-Markt ist eben schon sehr gut etabliert, also da ist nicht so viel Wachstum drin und es ist auch einer der teuersten Märkte eben, was die Kreditkartengebühren angeht. Theoretisch eröffnet das eben Potenziale für eine Disruption oder auch zum Beispiel für irgendeine Regulierung und theoretisch könnte es also sein, dass dann halt vielleicht mal da was reguliert wird. Es ist aber auch ein sehr großer, komplexer Markt. Visa und Mastercard haben eine tolle Dienstleistung, mit der sie helfen halt, dass man Zahlungen abwickeln kann. Ja, an sich ist es schon ein ziemlich unnatürliches Duopol, was die beiden da haben. Das schreit eigentlich schon fast irgendwie nach einer Regulierung beziehungsweise irgendwie nach einer Art und Weise, dass man wirklich von Person zu Person sein Geld schicken kann und nicht irgendwie erst über so eine Zahlungsstraße. Wenn ich persönlich mich jetzt nochmal neu entscheiden müsste, würde ich vermutlich halb-halb machen. Irgendwie Hälfte Mastercast, Hälfte Visa, weil dann ist man praktisch in diesem Markt maximal diversifiziert. Man könnte natürlich noch American Express dazunehmen, aber American Express ist auch von den Kennzahlen her, das sticht keine Visa und Mastercard raus. Deswegen würde ich da auch jetzt nicht sagen, dass das jetzt das attraktivere Investment ist. Ja, die nehmen vor allem die Kredite auf die eigene Bilanz und das macht den Unterschied. Also das ist halt der große Unterschied zu Visa und Mastercard. American Express ist auch Eigentümer der Karten und die geben die Karten auch heraus. Also American Express hat verschiedene Tochtergesellschaften, zum Beispiel Payback gehört auch zu denen, diese Payback-Punkte und das ist eigentlich für die ein Kanal, um American Express Karten zu verkaufen. Also ja, das ist so ein bisschen das Geschäftsmodell von American Express halt diese Karten zu verbreiten, Kredite zu vergeben, hohe Zinsen einzunehmen und gleichzeitig natürlich auch horrende Kreditkartengebühren tatsächlich. Gut, ich denke, damit haben wir auch diese Frage hinreichend beantwortet. Die nächste Frage kommt von Tom und die Frage lautet, warum ist speziell die Eigenkapitalrendite so wichtig? Also wir benutzen in unseren Analysen ja nicht die Eigenkapitalrendite, sondern die Rendite auf das eingesetzte Kapital. Da gibt es nochmal einen kleinen Unterschied. Das ist bei uns das ROSI, also Return on Capital Employed und das berechnet sich, indem man das E-Bit durch das eingesetzte Kapital teilt. Eingesetztes Kapital ist Gesamtvermögen minus kurzfristige Verbindlichkeiten, falls das jemanden interessiert so genau. Aber jetzt die Frage, warum ist speziell die Eigenkapitalrendite wichtig? Naja, im Grunde sagt die Eigenkapitalrendite ja, trifft eine Aussage darüber, wie effizient ein Unternehmen sein Kapital investieren kann. Also beispielsweise ein Unternehmen investiert im Jahr 100.000 Euro und daraus macht es 20.000 Euro Nettogewinn entspräche dann einem ROSI, einem Return on Capital Employed von 20%. Wenn es nur 10.000 Euro Gewinn machen würde, wären es nur 10% und da sieht man dann den Unterschied, wenn man diese beiden Unternehmen beispielsweise vergleicht. Unternehmen 1 hat einen deutlich höheren Return on Capital Employed und damit kann das Kapital, was es investiert, effizienter einsetzen. Da würde ich auch nochmal einhaken. Also ich muss persönlich sagen, also Eigenkapitalrendite ist eine Kennzahl, die ich nicht so gerne mag. Das hat für mich einen ganz besonderen Hintergrund, weil es ist eine Kennzahl, die man super leicht manipulieren kann. Also du musst einfach dein Eigenkapital senken und wie senkst du dein Eigenkapital, indem du einfach viele Verbindlichkeiten hast, indem du einfach viel mit Schulden machst. Das ist eben so ein bisschen der Unterschied. Beim ROSI beziehst du auch noch Schulden mit ein. Die langfristigen Schulden, also sprich das, was du benutzt, um zum Beispiel eine Anlage zu finanzieren, einen neuen Betriebsstandort. Wenn wir jetzt Tesla nehmen, die machen natürlich einiges mit Eigenkapital aus ihren Gewinnen, aus einer Kapitalerhöhung, aber gleichzeitig haben sie auch eben Kredite, Finanzierungen am Laufen, die langfristig angelegt sind, um dann irgendwie sowas wie in Berlin dann einen Standort zu kaufen. Und bei der Eigenkapitalrendite machst du alles mit dem Eigenkapital und je nachdem, wenn du ein sehr gewiefter CFO bist, dann kannst du natürlich auch einfach mal das Eigenkapital künstlich niedrig halten, indem du mehr Schulden aufnimmst oder auch indem du einfach sehr aktiv Aktien zurückkaufst und dann kannst du deine Metriken in der Hinsicht manipulieren. Es bringt aber halt einfach gar nichts. Also in meinen Augen zeigt eine hohe Eigenkapitalrendite jetzt nicht an, dass es ein besseres Unternehmen ist, sondern es zeigt oft an, dass es eher ein Unternehmen ist, das einfach sehr viel hebelt oder es einfach vielleicht auch in einer Branche ist, die hohe EBIT-Margen hat. Genau, also man kann sich das vielleicht so vorstellen, wenn du einen niedrigen Return on Capital employed hast, alles, was du reinschmeißt, wirft halt wenig ab, du trittst so ein bisschen in der Luft und wenn du halt einen hohen Return hast, dann hast du da richtig, dann kommt da richtig was bei rum am Ende. Also so wie würdest du im ersten Gang Fahrradfahren und Vollgas geben oder zum fünften Gang Fahrradfahren und Vollgas geben, da kommst du ja viel weiter mit. So, ich würde sagen, dann haben wir die Frage auch durch. Und die letzte Frage, die kommt vom guten Felix und der hatte gefragt, setzt ihr eher auf Sparpläne oder auf Einmalkäufe? Was würdet ihr eher empfehlen? Circa 1000 Euro pro Monat. Also danke auch für die Info, weil das ist, finde ich, schon relevant. Es kommt immer sehr darauf an, was deine Konditionen sind, zu denen du einkaufen kannst. Also wenn du jetzt, sagen wir mal bei, ich nenne mal Trade Republic, und dafür einen Euro handelst, dann ist das jetzt, fällt es nicht so schwer ins Gewicht, ob du mit 1000 Euro oder mit 200 Euro pro Monat investierst. Ich würde grundsätzlich sagen, eigentlich den Einmalkauf, um immer die Gebühren niedrig zu halten. Heutzutage bei Brokern, die halt 0% Gebühren, Sparpläne oder sowas haben, ist es eigentlich egal. Und das ist auch eigentlich mein Fazit, es ist echt egal. Also du kannst, es kommt wirklich darauf an, was du möchtest. Also wichtiger ist vor allem, dass du jeden Monat investierst. Also das ist sowieso schon so eine Art Sparplan. Dadurch, dass du jeden Monat dein Gehalt bekommst, jeden Monat irgendwo Geld investierst, ist das wie ein Sparplan. Und ja, du kannst entweder jetzt jeden Monat dir Aktien aussuchen. Das ist so ein bisschen, wie ich auch persönlich vorgehe, gerne. Aber ich bin auch so ein Mensch, der sagt, okay, es gibt einfach ein paar Aktien, in denen möchte ich irgendwie immer und immer mehr haben. Und die sind dann einfach fester Sparplan, Sparplan Teil in meinem Portfolio. Also, ich mache so ein bisschen beides. Grundsätzlich aber, je mehr Geld man hat, würde ich sagen, sollte man dann auf die Einmalkäufe gehen. So, damit haben wir die Fragen dieses Mal gut beantwortet. Würde ich jetzt mal so aus Eigenlob sagen. Wir haben noch eine Frage, die behalten wir vielleicht fürs nächste Mal. Wir sind jetzt ja auch schon seit über einer halben Stunde am Aufnehmen. Nächstes Mal haben wir noch eine Frage von Kai, meine ich. Er fragt, wenn ihr nur drei Aktien haben dürftet, welche wären es? Und um ein bisschen FOMO zu erzeugen, beantworten wir die Frage dann das nächste Mal. Das ist natürlich alles hier keine Anlageberatung. Disclaimer findet ihr nochmal in den Shownotes. Wir wünschen euch eine wundervolle Woche oder wann immer ihr den Podcast hört. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.